Jürgen Klopp hat sichergestellt, dass er für immer eine Legend in Dortmund sein wird. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich schwer das ist. Die Champions, zwei Mal auf der Draht, Borussia Dortmund! Dafür bin ich total dankbar, dass ich daran teilhaben durfte. Und ich hätte das als Mensch total gerne behalten. Das ist die Champions League 2011 für Borussia Dortmund! Aber wenn man es ganz, 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 ganz ehrlich reflektiert, dann habe ich festgestellt für mich, da muss eine Veränderung werden. Es ist ein schade Tag mit der Nachricht, dass Jürgen Klopp vor dem Ende der Saison vorliegt. Aber lass uns nicht vergessen, dass er zurückgebracht hat, die Titel für den Signal Iduna Park in 2011 und 2012, als auch so viele andere Moments der Freude. Es wäre einfach nicht richtig, nicht mehr zu haben. Und jetzt noch mal ein paar Mal wieder. Musik 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 Kogauer kommen in an... Oh, superfeet von Kagawa! Oh, super, superstar von den japanischen Internationalen. Und Jürgen Klopp, in typischer Jürgen Klopp-Poß, nearly loses his balance. But he goes straight to Shinji Kagawa. Aber es ist auch nur richtig, dass Kloppo himself das letzte Wort hat. So, take it away, Jürgen. Und es geht jetzt wirklich darum, dass dieser Verein die Möglichkeit einfach bekommt, das großartige Potenzial, das nach wie vor einfach da ist, auch wieder zu nutzen. Und dazu muss ein großer Kopf weg. Und das ist in dem Fall meiner.